Autogrammwünschen ihrer Fans wird sie in nächster Zeit wohl nicht nachkommen können. Lady Gaga hat das Finale ihrer Europa-Tour abgesagt. Die Popsängerin hatte einen Teil ihrer Joanne World Tour in Europa bereits hinter sich gebracht. Nun verzichtet sie nach eigenen Angaben krankheitsbedingt auf die letzten zehn Konzerte. Die Sängerin von Songs We Born This Way und ihr Team veröffentlichten die Absage auf Twitter. Sie habe starke Schmerzen und könne deswegen nicht auftreten. Zu einem früheren Zeitpunkt hatte die Künstlerin bekannt gegeben, sie leide unter Fibromyalgie, einer Krankheit, die mit Schmerzen, Müdigkeit und kognitiven Beeinträchtigungen einhergeht.